Hi Leute, herzlich willkommen auf dem GSP Airsoft YouTube Kanal. Ja, wir haben euch in letzter Zeit viele Glocks vorgestellt und das Pendant zu Glock aus früher Deutschland ist Sig Sauer. Und das schauen wir uns heute einmal im Detail an. Und zwar schauen wir uns nämlich die VfC Sig Sauer P320 in der X-Carry Variante an und was diese Pistole so ausmacht. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß damit. Starten wir das Video diesmal ein bisschen anders und zwar mit einem kleinen Unboxing. Ihr bekommt die Pistole geliefert in diesem sehr schön gestalteten Karton. Vorne drauf sehen wir einmal die X-Carry. Auf der Rückseite stehen noch ein paar Daten rund um die X-Carry. Sieht auf jeden Fall sehr ansehnlich gestaltet aus. Wenn wir den einmal öffnen, finden wir hier zunächst erstmal eine Gebrauchs- und Sicherheitsanweisung auf Deutsch von German Sportguns zur P320 X-Carry Serie. Und alle grundlegenden Sachen sind hier drin erklärt, wie man das Hop-Up einstellt und so weiter und sofort Sicherung, Gas einfüllen und, und, und. Alles sehr, sehr schön gemacht plus noch ein paar Bilder, was ihr damit so machen solltet und was ihr lieber unterlassen solltet. Also sehr, sehr schön gemacht. Dann findet ihr einmal natürlich die Pistole selbst vor, so wie ihr sie jetzt hier einmal seht. Dann können wir dieses kleine Fach hier aufmachen. Da finden wir dann ein passendes schwarzes Ersatzmagazin für die X-Carry, was einmal sehr, sehr schön hier drinne Platz findet. Und wir finden hier noch außerdem dieses kleine Tool. Da zeige ich euch gleich, wofür man das braucht. Und last but not least finden wir noch eine originale Gebrauchs- und Sicherheitsanweisung. Die ist wiederum nicht auf Deutsch einmal, sondern auf Englisch und vor allem nicht so schön gemacht wie die deutsche Anleitung. Also da hat sich GSG gut ab. Die ist ordentlich gemacht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, wenn wir die Pistole einmal in die Hand nehmen, mit Magazin, ohne Magazin ist erstmal egal, man merkt auf jeden Fall eine gewisse Ähnlichkeit zu Glock. Ein paar Unterschiede sind, ein bisschen längerer Beaverteil, wir haben die Pickrail, eine ordentliche Pickrail vorne und die Waffe ist ab Werk, Optics Ready. Das sind alle P320 Modelle, nicht nur die X-Carry, also auch die M18 und die M17 sind Optics Ready. Zudem haben wir eine außenliegende Sicherung, auch das hat eine Glock nicht. Ja, das sind so eigentlich die maßgeblichen Unterschiede und was ebenfalls noch so ein kleiner maßgeblicher Unterschied ist, ist der Zerlegehebel. Der Zerlegehebel ist standardmäßig auf der linken Seite und nicht so wie bei Glock beidseitig und beidseitig auch runterzuziehen. Checken wir die Glock-Konkurrenz einmal von vorn nach hinten aus. Fangen wir vorhin bei der Mündung an. Wir haben einen Aluminium-Außenlauf. Dieser Außenlauf verfügt leider abweg nicht über ein Gewinde. Ihr könnt euch allerdings hier zum Beispiel von ProArms Ersatzteile bzw. Umbauteile mit entsprechendem Gewinde zulegen. Unser kompletter Slide, ebenfalls aus Aluminium gefertigt, hat natürlich unser Korn und unsere Kimme einmal drauf. Korn und Kimme sind, naja, also die Kimme ist fix, so wie sie ist. Das Korn lässt sich theoretisch links und rechts einstellen, rein von der Theorie her. Bei der Airsoft-Variante ist das aber so, dass das eher irrelevant ist. Also es funktioniert nicht richtig. Daher würde ich euch auch empfehlen, das Korn einfach fix zu lassen, so wie sie ist. Unter der Kimme befindet sich eine Aluminium-Abdeckplatte. Und diese kann man natürlich abnehmen. Zeige ich euch dann gleich noch, wie das funktioniert. Und da könnt ihr dann Optiken montieren mit entsprechenden Adapterplatten. Leider sind bei der P320 keine Adapterplatten mit im Lieferumfang enthalten. Das heißt, die müsst ihr euch extra kaufen. Auch die gibt es zum Beispiel halt von ProArms. Kostenpunkt zwischen 15 und 30 Euro. Je nachdem, was für eine Optik-Mount ihr euch da montieren wollt. Hier habe ich jetzt mal meine Variante stehen. Da komme ich dann gleich nochmal im Detail drauf zu sprechen. Aber hier seht ihr zum Beispiel, wie man das Ganze mit einer Optik sich herrichten könnte. Ja, gehen wir weiter bei der Pistole einmal durch. Da haben wir hier unten unser Griffstück. Das Griffstück ist aus Polymer gefertigt. Ist sehr, sehr robust. Fühlt sich unglaublich gut an. Und auch das Stippling ist hervorragend gelungen. Da muss man auf jeden Fall VfC sagen. Das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Das ist tatsächlich sogar bei dem Modell hier nochmal einen Ticken besser wie bei meinem. Sieht sehr, sehr fein aus. Wir haben hier noch den Sig-Sauer-Schriftzug mit drauf. Und hinten eine kleine Markierung mit einem M-Buchstaben. Die zeigt uns jetzt einfach nur an, dass wir hier das M-Griffstück haben. Die P320-Serie ist so gedacht, dass man im Prinzip ein Grundsystem hat. Ein Grund-Chassis-System. Heißt, die Trigger-Group ist komplett in einem Chassis zusammengefasst. Und das Griffstück kann man auf den Schützen entsprechend anpassen. Heißt M, S, L, XL. Je nachdem, was für ein Griffstück man braucht. Wie große Hände man hat. Kann man dann entsprechend einfach nur das Inlay, das Chassis umtauschen. Und hat seine Pistole perfekt auf sich angepasst. Vorteil, natürlich die Anpassbarkeit, Nachteil. Es gibt kaum Chassis in anderen Größen. Die sind standardmäßig eigentlich fast alle in der M-Variante. Außer man kauft sich die scharfen, die nicht gerade günstig sind. Die gibt es dann halt auch in S, L und XL. Für uns, sagen wir für den Otto-Normalverbraucher, passt der M aber eigentlich wirklich gut. Außerdem haben wir hinten noch eine Lanyard-Aufnahme, falls wir ein Lanyard nutzen wollen. Dann kommen wir hier vor nochmal zur Picatinny-Schiene. Die Picatinny-Schiene verfügt über drei Slots. Wenn ihr jetzt Lampen-Dummys anbringen wollt, müsst ihr aufpassen, dass ihr eben einen Lampen-Dummy verwendet, der die Schiene relativ weit hinten hat. Bei solchen Klonen hier wie den X300 Showfires ist es oftmals so, dass die sehr weit vorne sitzen. Ihr könnt entweder die Platten drehen, sofern möglich, oder manchmal sind auch Platten noch zusätzlich mit im Lieferumfang enthalten, damit ihr das Ganze korrekt montieren könnt. Rein jetzt für die Vitrine ist es aber egal. Dann kommen wir zu den Funktions- und Bedienelementen. Da haben wir einmal unsere Sicherung. Die haben wir hier. Die ist beidseitig bedienbar, ist sehr, sehr stiff. Aber man hat auch ein sehr, sehr deutliches Feedback, wann die Sicherung drin ist und wann die Sicherung draußen ist. Passt also einmal frei. Der Verschlussfanghebel, der sich hier befindet, ist sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite wieder verfügbar und zeigt natürlich an, wenn das Magazin entsprechend leer ist. Zerlegehebel hatte ich schon gesagt. Dazu das Magazin einmal raus, den Verschluss hinten arretieren. Dann könnt ihr den Zerlegehebel einmal nach unten drehen und den Slide nach vorne kommen lassen. Und schon habt ihr das Ganze voneinander getrennt. Da gehen wir jetzt gleich nochmal drauf ein. Bauen wir das Ganze wieder zusammen. Zack. So einfach geht's. Dann der Abzug. Über den müssen wir natürlich sprechen. GBB-typisch. Abzug ist ein bisschen relevant. Wir haben die Waffe gespannt. Wir merken eine Wall. Und dann haben wir noch so einen halben Zentimeter, den wir bewegen müssen, bevor die Waffe bricht. Wir können dann noch weiter durchdrücken. Reset kaum spürbar. Aber das Brechen ist sehr, sehr klar. Das merkt man wirklich gut. Also ist auch ein schnelles Triggern, denke ich, sehr gut möglich. Magazinuswurf haben wir hier einmal auf der linken Seite. Lässt sich auch auf die rechte Seite umbauen. Ist ein bisschen fummelig. Gibt es ein paar Anleitungen im Internet. Wenn ihr das haben möchtet, guckt euch das gerne an. So. Ich hätte angesprochen, Thema Optics Ready. Beziehungsweise was muss ich machen, um hier die Optik draufzubauen. Bevor wir das ansprechen, ganz kurz noch ein Bedienerelement habe ich vergessen. Wenn ich hier gerade unser Tool sehe. Das Schöne bei der P320 X-Carry ist, dass ihr das Hop-Up von vorne über euren Spring Guide unten einmal einstellt. So wie es auch bei den neueren Glockenmodellen ist. Das heißt, ihr nehmt dieses Tool und könnt dann hierüber stufenlos das Hop-Up einmal einstellen. Funktioniert sehr gut. Verstellt sich auch nicht. Einwandfrei. Das funktioniert auch ohne Tool. Ihr könnt das Ganze auch auseinanderbauen und dann im auseinandergebauten Zustand einstellen. Und zwar habt ihr hier dieses Rädchen. Da könnt ihr das dann entsprechend einstellen, so wie ihr es braucht. Falls ihr das Tool zum Beispiel nicht mit habt. So. Jetzt haben wir es eh schon gerade zerlegt. Optics Ready. Die Pistole ist im Grunde genommen Optics Ready, beziehungsweise Optics Ready vorbereitet. Ihr braucht halt entsprechende RMR-Platten für die entsprechende Optik, die ihr montieren wollt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Sig Sauer Optik, eine Reaste Sig Sauer Optik montiert. Es gibt Platten für Doktor, für Vortex, für was weiß ich nicht alles, was es halt so gibt. Für Vector Optics auch da. Möglichkeiten gibt es da wirklich wie Santa mir. Du und 76% unserer Zuschauer haben noch nicht den Abo-Button gedrückt. Drücke jetzt den Abo-Button, sonst ein Knall. 15 bis 30 Euro, je nachdem. Um eure Optik zu montieren, habt ihr hier einmal auf der innenliegenden Seite unter der Kimme drei Kreuzschrauben. Alle drei Kreuzschrauben sind zu entfernen, vollständig. Dann könnt ihr die Kimme einmal abnehmen und ihr könnt die Verdeckplatte einmal abnehmen. Bei diesen Schrauben ist es unglaublich wichtig, dass ihr wirklich den passenden Kreuzschraubendreher verwendet und möglichst nicht abrutscht. Denn die sind ziemlich weich. Und die verzeihen euch einmal abrutschen, ein zweites Mal abrutschen, verzeihen sie euch diese Schrauben nicht. Und dann sind die rund und dann kriegt ihr das gar nicht mehr auf ohne Aufbohren. Also da wirklich aufpassen, dass ihr dort mit dem perfekt passenden Werkzeug arbeitet. Dann kommen wir kurz zu dem Chassisystem. Was ich meinte, ihr könnt euch andere Chassis halt zulegen. Wenn ihr das Chassis raushaben wollt, müsst ihr den Zerlegehebel einfach zur Seite rausdrücken. Der hat keine besondere Arretierung oder sowas. Und dann könnt ihr hier eure Abzugsgruppe komplett einmal herausnehmen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr geiles Feature. Ihr kommt hier super gut an alle Teile ran. Könnt diese ohne Probleme reinigen, nachfetten, nachschmieren. Und was auch immer ihr halt gerade machen möchtet, funktioniert wirklich top. Und jetzt habe ich hier ein leeres Griffstück, was im Prinzip bis auf den Magazinauswurf absolut keine Funktion mehr hat. Jetzt könnte ich mir ein längeres Griffstück besorgen. Ich könnte mir ein anderes Griffstück besorgen. Ich kann mir eins gestippelt machen, eins ohne Stippling, was auch immer. Und könnte rein von der Theorie her die Griffstücke jedes Mal tauschen. Problem für uns in Deutschland ist, das F-M5-Eck befindet sich hier in der Schiene. Auf der einen Seite sehr, sehr schön umgesetzt seitens GSG. Das ist super dezent. Das sieht man ja nicht direkt. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite aber nachteilig. Ihr könnt halt die Griffstücke nicht tauschen. Alternative dazu wäre, das einfach auf den Slide drauf zu machen. Was wiederum optisch einfach unglaublich hässlich aussehen würde. Von daher denke ich, GSG hat sich hier schon für die richtige Variante entschieden. So, setzen wir das Ganze wieder ein. So, jetzt ist das Griffstück oder das Chassis wieder drin. Dann kommt unser Haltemechanismus wieder rein. Der Haltemechanismus hat hier oben so eine kleine Nase. Der fährt hier in dem Frame halt lang. Da müsst ihr ein bisschen schauen, dass das passt. Das kriegt man aber hin, wenn man das ein, zwei Mal gemacht hat. Zack. Pistole ist wieder ready zusammengebaut. So, und jetzt sprechen wir nochmal ganz kurz über die. Die Lampe mache ich einmal ab. Das ist jetzt meine private P320 X-Carry. Die ist noch nicht ganz fertig. Ich möchte sie noch ein bisschen verändern. Sie soll noch einen Lauf kriegen mit Kompensator und eigentlich auch das lange Griffstück, was unten dran ist. Dann ist es eigentlich auch keine X-Carry mehr. Denn die X-Carry unterscheidet sich primär da drin, ein bisschen anderes Griffstück gegenüber der normalen P320 und es ist eine M18 von der Größe her. Keine M17. Und ich hätte eigentlich bei meiner P320 X-Carry, gerne das M17-Griffstück mit dem Kompensator drinne liegend, dann ist es eigentlich keine richtige X-Carry mehr, natürlich. Was habe ich an der jetzt hier geändert? Zunächst einmal, ich habe mir eine Mac-Funnel organisiert, damit ich die Magazine auch ein bisschen verkanten kann. Die ist aus Aluminium, ich meine auch sogar von ProArms. Kostenpunkt so um die 40 Euro, macht einen richtig guten Eindruck, funktioniert einwandfrei mit dem Magazin und sieht halt optisch auch wirklich nochmal eine ganze Ecke geiler aus. Außerdem ist die Griffigkeit von der Pistole nochmal deutlich gesteigert, muss man schon sagen. Zudem habe ich mir zur Pistole selbst nicht die Gasmagazine gekauft, sondern die CO2-Magazine. Das ist das sehr Schöne, was ich bei der X-Carry oder allgemein bei der P320-Serie sehr mag. Ihr könnt die Pistolen sowohl mit Gas als auch mit CO2 betreiben, ohne was an der Pistole zu verändern. Dementsprechend habe ich mich für CO2 entschieden. Damit liefert die Pistole trotzdem nur roundabout 1 Joule. Also die X-Carry, top, passt perfekt. Ist aber halt auch ein bisschen kälteempfindlicher und das, äh, unempfindlicher und das wollte ich halt haben. Ja, dann habe ich mir vom Pro Arms die Optics Plate hier montiert und da drauf ein Sig Sauer Romeo 1, müsste das sein, Sig Sauer Romeo 1 Pro oder sowas. Zero, ein Sig Sauer Zero, also kein Romeo. Ähm, drauf montiert mit dem Metallframe, dass ich halt noch ein bisschen Schutz habe. Und dazu gab es gleich noch die erhöhte Visierlinie. Ähm, bei der erhöhten Visierlinie müsst ihr ein bisschen mit den Holstern aufpassen. Es gibt viele Holster, die lassen das nicht zu. In meinem Fall wird es hier ein Black Trident Holster, das lässt es auf jeden Fall zu. So, äh, ich kann auch noch das Originalmagazin verwenden, theoretisch. Das rastet nämlich nicht mehr ein, aufgrund des Mac Funnels. Da müsst ihr ein bisschen darauf achten, dass ihr dann, wenn ihr mit Gas spielen wollt, es gibt auch Gasmagazine mit langem Boden, äh, die dann halt auch so ein bisschen unten ausstehen. Dann funktioniert das. Okay, soviel eigentlich erstmal grob zu dieser wunderschönen Pistole. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber trotzdem mal auf die Shooting Range und gucken mal so, was die denn so alles drauf hat. Wir schießen jetzt die wundervolle VfC P320 X Carry auf 15 und danach auf 30 Meter. Geladen sind 0,33 Gramm BBs, nee, 0,32, entschuldigt bitte, und eine frische CO2-Kapsel. Wir schießen Kimmelkorn, ich würde sagen, los geht's. 15 Meter Stahlziel. Achso, entsichern werde ich schlecht. 15 Meter, typische Pistolendistanz, absolut gar kein Problem. Machen wir 30 Meter. Okay, Magazin ist leer. Slide catcht natürlich. 30 Meter sind Autos zur Box auch absolut gar kein Problem. Könnt ihr mit der Pistole easy machen und damit seid ihr eigentlich auf fast jedem Spielfeld super gewappnet. Die Pistole schafft doch mehr, definitiv. 40, vielleicht sogar 50 Meter braucht man aber halt eigentlich nicht wirklich für eine Backup. Also Schusstest auf jeden Fall sehr gut. Kommen wir nun abschließend zum Fazit der SIG Sauer P320 X Carry Line. Erstmal, sehr schön, dass VfC sich hier traut, noch eine weitere P23 auf den Markt zu schmeißen. Mit der X Carry haben sie ja im Prinzip nicht die Welt komplett neu erfunden, sondern es ist ja einfach nur eine M18 in ein bisschen hübscherem Gewand. Dementsprechend, okay, cool, finde ich es aber dennoch, dass diese Pistole rauskam. Mich würde es persönlich freuen, dass gerade beim Preis von roundabout 200 bis 220 Euro bereits eine RMR Plate mit dabei ist, ähnlich wie bei Glock. Glock fände ich meines Erachtens nach auch einfach nur fair, beziehungsweise bei Glock sind ja, oder bei SRC Glock sind es, ich glaube, vier, die einfach mit dabei sind. Wäre schön, wenn das VfC hier auch umgesetzt hätte. Ansonsten, die Pistole hat eine gute Reichweite, gute Performance und kann sowohl mit Gas als auch mit CO2 verwendet werden. Und von der Haltbarkeit her kann ich euch sagen, die Pistolen sind unglaublich zuverlässig und laufen hervorragend. Ich hatte jahrelang eine M17 und danach die M18 in meinem eigenen Spielbetrieb und ich kann euch sagen, die Pistolen haben einfach hervorragend funktioniert. Dementsprechend klare Kaufempfehlungen. Wo sollt ihr sie kaufen? Natürlich bei uns im Webshop, wo auch sonst. Link dazu unten einmal in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gerne ein Like und ein Abo da lassen. Ich melde mich damit ab. Bis zum nächsten Mal. Euer Tom. Ciao.